Was hast du beim Film gemacht? Ich bin heute nur hier, um mich ein bisschen umzuschauen. Man möchte natürlich mal gucken. Ich bin ein großer Fan von Elias Mbarek. Ich wurde schon ein paar Mal eingeladen von Konstantin Film und dann ist man halt mal hier. Jetzt bin ich gespannt auf den Film, gucke mir den natürlich auch an. Mal schauen, ich freue mich drauf. Vielen Dank.